Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Ask, Karlsruhe, bekannter Gott Mr. T. Aber heute, auf der Plattform, auf meiner Plattform, wenn dann richtig. Der eine oder andere hat schon überlegt, was treibt Mr. Tita mit Asim, dem lieben Veganer. Ganz einfach, meine Plattform, wenn dann richtig, ist für Special Kunden. Special Kunden wie der liebe Asim, der Asim ist natürlich überzeugter Veganer. Und wir werden zeigen, bei wenn dann richtig, weil was hat wenn dann richtig zu heißen. Das heißt, wenn wir was machen, machen wir es richtig. Und wir werden zeigen, wenn ein überzeugter Veganer mit einem überzeugten Fleischkonsumenten zusammenarbeitet. Was unterm Strich rauskommt. Denn aus diesen Gründen haben wir zu Beginn eine medizinische Analyse gemacht. Und zwar auf der In-Body-Waage. Und da haben wir gemessen, die Muskelmasse, die Wassermasse, die Fettmasse. Und das werden wir in genau 50 Tagen noch einmal tun, um zu gucken, was dabei herauskommt. Was kann ein Veganer in 50 Tagen erreichen? Vor allem dann, wenn ihm ein Fleischesser im Nacken sitzt. Also, lasst euch überraschen. In 50 Tagen wissen wir, bleibt einfach im Kanal und ich poste in regelmäßigen Abständen Videos und Bilder. Inklusive ein wenig Text dazu. Inklusive Infos zum Thema HFT-Training. Hochfrequenztraining. Für den einen oder anderen, der es noch nicht kennt, das ist das Hochfrequenztraining nach Christian Zippel. Lieber Christian, wenn du zuschaust, Top-Trainingsmethode. Für alle, die es schon ausprobiert haben, wissen, ist eine Top-Trainingsmethode. Ist eben ein bisschen was anderes, wie der Standard-3er-Split. Okay? Also, bis bald.